ins ähm ja ins feuer ähm ähm bitte was ich ähm ähm äh ich kann mich gar nicht mehr entsinnen dass wir oh gott ich kann mich gar nicht mehr hä waren wir hier gewesen Hilfe wo bin ich denn hier ich äh ja herzlich willkommen auch auf YouTube hier für dich äh bei du einer neuen Folge ich äh wir sind gerade wieder live let's play ähm ich war hä haben wir hier aufgehört ach stimmt hier im Ladebildschirm habe ich ja glaube ich aufgehört ne beim letzten Mal ich bin verwirrt ich schaue mal eben auf die Karte oh gott wie viele Secrets es hier wieder gibt ich werde mal versuchen so ein bisschen so ein paar Secrets auch zu sammeln diesmal ähm oh gott das sieht so böse aus ich will da gar nicht lang gehen oh nein ich hab Angst meinst du mich ja ich bin hier aber wo bin ich ich frage mich gerade wo ich bin schön dass er mit mir redet finde ich super okay achso ich wollte nachladen ich bin so hohl alter wie geil dass sie aussieht was ich bin wieder da yeah so sie ist am öffnen dich so dann gucken wir mal oh gott oh gott oh gott ich ahne böses wir kriegen hier sehr viel Munition wo geht's denn hier lang ich sollte vielleicht nicht im Ladebildschirm speichern und nicht im Ladebildschirm äh ne neue Folge machen das äh verwirrt mich wenn das dann so ist um Gottes Willen ach stimmt wir sind ja zum Turm rauf gegangen ne beim letzten wir bauen das Portalgerät am Grab auf und markieren unseren Weg mit den Lichtstäben ich finde das von den UAC markierten Ausgangsportal wir müssen also zum Mars zurückkehren oh gott oh gott ich ahne böses ich ahne böses um Gottes Willen ach du heil ach du heiliger Strohsack ähm ne hallo meine Freunde ich komme ich komme euch begrüßen da nehmen wir noch ein bisschen Rüstung mit ach wir haben voll schade ich dachte liegt da unten eine neue Waffe da liegt eine neue Waffe glaube ich komm mal wer da unten schon wieder wartet die Dämonen hey ne ne alter geil yeah yeah hellenbrut Gaussgewehr yeah Hülle Schirm boah macht das einen Spaß uhu ciao Jungs macht's gut grüßt grüßt mir eure Mama so hu hu alter Schwede yeah ciao boah die Wumme erinnert mich irgendwie an Turok ich weiß nicht warum ich soll vielleicht ein bisschen Muni sparen was ja jetzt gibt's wieder Schnitzelparade yeah in die Fresse und du auch nochmal komm her ciao wow oh oh äh hey Revenant warte wo willst du hin Revenant bleib doch hier guck mal ich hab ne Flinte für dich hey ich muss dir was sagen verdammt okay wir haben keine warte mal da lag doch Treibstoff oder hatte ich das schon mitgenommen gehabt ach hatte ich schon okay so hallo Sven hallo Daria ich grüße euch so äh einmal darf ich heute ja auch verlieren nicht nur Daria ja schmeiß doch einfach mal auf mich du Lappen ich hab dir gesagt hör auf damit hör auf so was ist das denn hier ii sieht das ekelig aus da ist bestimmt eure Mama geschlüpft ich weiß es genau oh da will ich gerne rein oh da ist ein was ist denn oh da will ich gerne rein wie komm ich da rein hallo wie kommt man da rein äh was wie konnte er mich denn sehen das war Gisela ne Gisela ich komme Gisela jö 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 ähm was ist das denn hier ich komm mir grad vor wie so ein Freizeitpark ich komme hier ach komm mal hier ist bestimmt ein Secret oder ach ne da springt man in den Tod ja sollte ich vielleicht nicht tun hier vielleicht ne ich schaue mich auch ein bisschen bisschen mehr um diesmal komm ich ich würde gerne da rauf ok da komm ich komm ich da nein da komm ich Gisela was machst du schon hier Gisela geh weg Gisela alter Gisela Gisela mach dich weg ins Gesicht Gisela ins Gesicht Gisela dein Zahnarzt hat angerufen du hast Karies alter warte mal ich muss mal das Waffenrad wie ging oh nein das wollte ich nicht oh wie ging denn nochmal das Waffenrad ich hab die ich hab die Tasten vergessen verdammt ach so kann ich verdammt wie war denn nochmal das Waffenrad nein das war die Karte ähm äh wie war denn nochmal das keine Munition mehr wie war denn verdammt nochmal das Waffenrad nein das war schießen das war Munition das war Granate werfen ah ok wie war verdammt nochmal das Waffenrad bin ich hä ich suche gerade verzweifelt den Knopf für das Waffenrad ähm m 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 ok da unten geht's runter ich würde gerne ich muss mal eben schnell in die Optionen schauen und ich entschuldige mich schon mal dafür ähm d d d d d d umsehen d d d d Waffenrad ach halten ah ok alles klar so ich muss mal eben schauen ich würde gerne die d d d d d d d das Gaussgewehr und äh die Kampfschrotflinte genau sehr schön so jetzt geht's los yeah d 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 Und zwar alles schön rot. So, für dich auch. Lass das. Aua. Okay, dann war keine Munition mehr. Was ist denn hier los? Voll die Dämonen-Party. Bam, in die Fresse. So. Aua. Lass das. Boah, die Arena ist so riesig. Ich kann mir hier so laufen. Verfolge mich nicht. Ich würde gerne wissen, wie wir in einen Raum reinkommen. Ja, ich gehe mal hier lang. Da gibt es Munition. Was ist das hier? Ach, Gisela ist wieder da unten, oder? Okay. Hä? Wieso stirbt er nicht? Hallo? Hat dir keine Beeten beigebracht? Man wirft nicht mit Feuerbälle auf jemanden. Ah, guck mal, hier ist auch ein Bonus. Gisela! Schätzelein! Hab ich dich vermisst! Aua, lass das! Guck mal, Gisela! Erst mal, weg damit! Das brauchst du nicht mehr! Alter! Uh, dieses Spiel! Oh, der sprack! Oh, guck mal, der sprengt einen Mann! Aua! Hör auf damit! 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 Uah, uah! Hör auf damit! Hör auf damit! Munition, hier liegt noch ein bisschen Muni! Wo sind die? Ah, da! Guck mal hier, dein Kumpel, dein Bruder! Erst mal den Kumpel umdrehen! Das Begleiter mache ich mit dir! Und wenn ich fertig bin, hole ich noch deinen Schwester! So! Geh weg! Lass das! Aua! Verdammt nochmal! Geh weg mit dir! Du Höllenbrut! So! So! Speicherpunkt? Wieso Speicherpunkt? Äh, was war das? Oh, uh, ah! Bisschen Ruhe! Gott sei Dank! Aber wie kommen wir denn in die... War's das? Wie kommen wir denn in die Bonusräume rein? Ich muss erstmal ein bisschen gucken, wo ich jetzt Rüstung herkriege. Hier oben war, glaube ich, noch die Rüstung, ne? Oder? Ja, da oben! Die hole ich mir jetzt erstmal! Boah! Alter! Gott sei Dank Ruhe! War's das jetzt? Ich glaube schon! Hier ist auch ein Tor! Würde ich gerne reinkommen, aber... Wissen wir mal... Ich schau mal eben schnell auf die Karte! Was... Wo wir hier... Ach, guck mal an! Da oben ist ein Secret! Wie kommt man denn da hin? Wir sind jetzt da unten! Was haben wir denn hier oben? Runenprüfung ist hier! Oh, da würde ich gerne hin! Das ist direkt links von mir oben irgendwo! Komischerweise! Das ist da oben irgendwie! Wie komme ich denn da hin? Boah, ich würde gerne zu der Runenprüfung! Warte mal, ich probiere mal hier rüber zu kommen! Hier geht's wahrscheinlich irgendwann weiter! Da unten zu dem Wegpunkt müssen wir hin! Aber möchte ich noch nicht! Möchte mich noch mal gerne noch ein bisschen umsehen! Weil hier... Da oben leuchtet's! Da ist die Runenprüfung! Komm... Komm ich... Komm ich da hin? Geht das? Oh Gott! War das richtig? Ja, nein! Was? Nein! Ich will da rein! Ich will da rein! Ich will da rein! Verdammt! Komm ich da oben hin? Ah, okay! Da geht's nirgendwo hin! Ähm... Was können wir noch gebrauchen? Wir können noch ein bisschen Rüstung gebrauchen! Hier ist noch ein bisschen Muni! Da müssen wir hin! Ich frage mich, wie wir diese Türen öffnen! Hm... Ich wollte... Darf ich das nochmal kurz anmerken? Das... Ähm... Das wirkt sehr beruhigend auf mich! Alles hier so, wie das hier aussieht! Das haben wir voll! Ich bin sehr gespannt, wo das hingeht! Vor allem, wie wir da zurück zum Mars kommen, lasse ich mich mal überraschen! Okay, ansonsten haben wir aber nichts mehr hier, ne? Gibt's noch irgendwo einen Bereich, wo ich noch... Eben schnell auf die Karte schauen, wo ich noch nicht war, wo ich vielleicht noch hinkommen könnte? Dahinten ist auch noch ausgegraut, da... Hm... Hier oben sind auch noch... Hier oben ist noch der kleine Roboter, den müssen wir auch noch kriegen! Ich weiß nicht, wie kommen wir denn da hin? Da waren wir sogar schon! Das ist, glaube ich, ganz zurück, ne? Ich guck mal, kommen wir denn zurück von da, wo wir hergekommen sind? Es müsste ja da oben die Treppe hoch sein... Huah! Huah! So! Dumm, 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 dumm... Da ist eine Tür, die haben wir ja schon gesehen! So! Hier werden wir jetzt wieder zurück! Ich schau mal eben auf die Karte! Äh... Das ist da oben irgendwo! Wie kommen wir denn da hin? Da waren wir auch noch nicht! Da gibt's noch Rüstung! Und Muni? Oh Gott! Oh Gott! Huah! Komm ich... Komm ich wieder zurück? Geht das irgendwie? Wahrscheinlich nicht, ne? Äh, das werde ich... Das werde ich niemals nicht schaffen! Oder? Oh Gott! Oh Gott! Huah! 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 Da drüben ist auch noch ein Raum! Da! Da müssen wir mal gucken, dass wir da vielleicht auch mal irgendwie rüberkommen! Schau mal! Erstmal gehe ich jetzt... Erstmal gehe ich jetzt zurück, um zu gucken... Wo hier dieser... Kleine... Ruby-Roboter ist! So, das wäre ja... Ach, das ist hinter der Tür! Ah, wie kommt man denn da rein? Okay, also Memo an mich! Wir müssen irgendwie durch diese Tür! Ich denke mir mal, wenn wir hier wahrscheinlich fertig sind in dem Bereich... ...dass wir das nicht vergessen! Äh... Erstmal hier wieder... Uah! Uah! Erstmal wieder runter! So! Und dann mal gucken, wie wir da drüben rüberkommen! Also zumindest da hochkommen! Uah! Ich hoffe, man hat es jetzt nicht gehört! Au! 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 Komme ich da hin? Geht das? Weil von da, glaube ich, wüsste ich nicht... Höh! Nein, das geht nicht! Au! 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 Wo kommt man denn da hoch? Hm. Naja. Ähm... Wie... Komme ich jetzt wieder nach oben? Ich, äh... Ach da! Hilfe! So! Aber da geht es doch über... Was war das? Ich höre immer so komische Geräusche. Ich habe immer Angst, dass irgendwas spawnt. Von hier aus kommt man nicht dahin, ne? Ne. Scheint also noch einen Weg zu geben, irgendwie. Da vielleicht? Ne, so... So springt der nicht. Hm. Wahrscheinlich durch die Tür da unten. Yay! Rüstung! Wahrscheinlich durch diese Tür kommt man wahrscheinlich da hinten hin. Da müssen wir uns mal ein bisschen merken, falls wir da... Ja, was gleich passiert. Müssen wir gucken, dass wir uns das behalten. Dass wir da nochmal hingehen. Ich höre irgendwo noch einen Gegner, aber ich sehe den nicht. Naja, schauen wir mal. So! Na, na, na. Und Rüstung. Ah, wir haben ja voll. Yeah! Cut it! Aha! Das andere Tor jetzt auch offen gegangen. Interessiert mich jetzt mal brennend, wenn ich das jetzt... Wenn ich jetzt wüsste, wo das war. Da war doch noch ein anderes Tor irgendwo gewesen. Also, entschuldige bitte, wenn ich mich so ein bisschen umsehe, aber ich würde das gerne schon mal rausfinden. Ob da, äh... Weil ich möchte das nicht verpassen. Ah, ne. Okay, das Tor ist noch zu. Okay. Weil die Ruhmprüfung möchte ich schon machen. So, machen wir das mal. Düm, 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 düm. Gelber Schädel erhalten. Aha. Mit dem gelben Schädel müssen wir zur gelben Tür. Ah! Also jetzt kommen wir sowieso zurück. Ah, ist ja cool. Das habe ich mir noch behalten. Das müsste die Tür sein, ne? Ja, cool. Ähm... Hä? Ich habe nichts gesagt. Oh. Nehme ich jetzt mal mit. Hallo? So. Okay. Okay. Was haben wir hier? Was ist das? Ich wollte eigentlich da oben hin, aber ich drücke mal R3. Was war das? Im ersten Zeitalter, in der ersten Schlacht, als die Schatten lang wurden, stand einer aufrecht. Die Seele verbrannt von der Glut des Armageddon, den Feuern der Hölle. Und damit zu verdorben für einen Aufstieg. Und so wählte er die ewige Qual. Erfüllt von Hass fand er keinen Frieden. Und mit kochendem Blut durchschritt er die Schattenebenen, voller Durst nach Rache an den dunklen Fürsten, die ihm Unrecht getan hatten. Er tog die Krone der Nachtwächter. Und jene, die den Biss seiner Klinge spürten, nannten ihn den Schicksalsschlechter. Erfüllt von Hass. Vielen Dank.